Wertschätzung ist irgendwie auch mehr als ein Lob. Also so klar, loben ist irgendwie das eine, aber auch so hey, einfach mal anrufen, wie geht's dir heute, ne, solche Sachen. Es gibt Phasen, da hab ich da wenig Zeit zu, klar, aber ich versuch's irgendwie so gut es geht zu machen und einfach so zu signalisieren, so hey, ich hab auch ein Interesse an dir als Mensch, so du bist nicht nur in der Arbeitskraft, sondern hey, ich will, dass dir gut geht, bist du happy, bist du glücklich, kann ich irgendwas machen, um dich zu supporten und eigentlich am Ende bist du als Führungskraft ja der Enabler dafür, dass das Team den Job machen kann.